Mit der Endziffer 7 Geiersturzflug und der Titel Bruttosozialprodukt Endziffer 7 Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechobahn stechend, lustvoll stürmt In der Montagehalle die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prallt Ja dann wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt Ja 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt Die Krankenschwester kriegt nen Riesenschreck Schon wieder ist ein Kranker weg Sie operierten gerade erst sein Bein und schon kniet er sich wieder mächtig rein Ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt Ja 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt Wenn sich Opa am Sonntag auf seinem Fahrrad schwingt Und heimlich in die Fabrik eindringt Dann hat Oma Angst, dass er zusammenbricht, denn Opa macht heute wieder Sonderschicht Ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt Ja 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt Ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt Ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt Ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt Ja 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt Ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wenn früh am Morgen die Bergsideene dröhnt Ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt Ja 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt Ja 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt Ja 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt Yeah!